Servus und willkommen wieder zurück zu Let's Plan Team Battlefield 4 im Multiplayer immer noch kurz vor der Freischhaltung der neuen Waffe. Ach, guck mal, jetzt hat er Team Deathmatch drin. Okay, na komisch, aber speichert er es einmal nicht, wegen was auch immer. Ja, so, offiziell, komm, kommen wir da rein? Gar nicht zu hoch. Ach, Newie-Server. Woher kenne ich denn das? Habe ich doch gar nicht eingestellt, oder? Nö, äh, machen wir jetzt ja mal so, normal, gut, scheiß Verbindung, scheiß Verbindung, äh, ach, nö, ey, warte mal, Rangliste. War das gerade Rangliste? Ach, ne, so wie der Ranger-Server, äh, alle klar, gut, so. Ha, gerade nach wegen Rang, äh, ja, dumm, ja, egal. So, genau, ein paar Kills fehlen noch, knapp 1000 Punkte müssen das, glaube ich, gewesen sein, soweit ich es beim letzten Mal nur nachgeguckt habe, ähm, bis hier die M1911 freigeschalten wird, ja, perfekt von Alpha Gun, ja, geil. Äh, so, dann mal schauen, wie das hier ist. Äh, holen wir da jetzt, die Kills hinzukriegen in dieser Aufnahme jetzt hier. da, 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 da. Hier ist der Med-Paket. Er ist der Fall! Heeeh. Oh, durfte schon passen. Gut, ich war jetzt hier gerade leicht, irgendwie Brain AFK gerade eben. Wow, pfuh. Genau. So, was haben wir die ganze Zeit da rechts immer angezeigt, oder? Also, so toll ist die Verbindung jetzt da heute diesmal nicht, ne? Keine Ahnung, was halt da sind. Los ist. Scheiße. Bullshit. Los, los, los. So. Nochmal. Oh, fuck. Och, man. Der Illu. SG, ja, was auch immer. SG Influence. Oh, Mann. Was ist denn jetzt kaputt? Kannst du dir nicht Feuer umballern? Kannst du... Wir haben respawnen, wie sonst wat. Bom, ba, dum, ba, bom. Boah. Ja, war klar. Wenn ich nix sehe, ne? Ist scheiße. Na ja, aber ein Kill hat man ja schon wieder. Mit der Pistel. Passt auch. Ah, je. Langsam, aber sicher. Jetzt Richtung neue Pistel. Leute. Leute. Okay. Das ist immerhin wie die Shotgun, ne? Wollte ich meinen. Hey. Huh. Okay, nice. noch mal ein goldes battle pack so alles klar nein auch man dass ja auch keiner hier irgendwie so ein d4 oder so weiter bei hatten aber doch ich glaube einmal nicht wohl schon hier wieder blieben ach keine ahnung ach wobei Okay, gehen wir da hinten runter. Laufen wir jetzt hier überhaupt richtig rum? Wartet hier. Alter. Mist. Das ist ja gerade auch noch einer von den Rangers. Okay, so wenigstens ausgeliehen. Eins zu eins. Okay. Okay. Nein. Nein. Ah, hilf jetzt hier, das Kill. Immerhin. Oh, geil. Nope. Nope, nope. Kann ich ja nicht da irgendwie so einem hin teleportieren oder sowas? Oder spawnen lassen? Nö. Gott. Dann ist. Ja. Bum, 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 bum. Äh. Äh. Gut, der kommt wohl nicht hier runter. M1911. Sehr schön. Gut. Gut, der kommt wohl nicht hier. Hm. Au. Ha. Ui, 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 ui. Viel gegen mich. Ist aber unfair. Ja, aber geil. 1911, freigeschalten. So, wie ich das jetzt gerade noch richtig gesehen habe. Details hier mal kurz anpassen. Ups, ne, da. M1911. Genau. Da ist sie, ja. Sehr schön. Da können wir jetzt hier weitermachen. Mit der hier. Kurz gucken. Na, alles klar. Klassiker. Ne? Ja. Alles klar. Hey. Oh, ja. Oh, ja. Ja. So hast du nicht getroffen. Scheiße. Doof. Na, med-packet. Ja. 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 Uh. Cool, cool, cool Das war doch nicht mein verdienst Höchst als hier vielleicht ein bisschen Aber, ja Gut, Pistole haben wir 45 Kills jetzt mit dir also Für die nächste Trophy Ja, und danach fehlen nur noch hier die Level-Ups Genau Also sprich jetzt hier noch 23, äh Quatsch, 13 Level Bis Platin Nachdem wir natürlich erstmal hier die 45 Kills geschafft haben Ja Mal gucken, was da jetzt hier als nächstes kommt Ach, guck mal hier an Die Gipte So, kennen wir ja noch, wa Ja, da, der Sergeant Influencer Oder so 1490 War sogar ich drüber So von den Kills nicht Commander, cool German Oh Gott X, X, German X, X, Mod X, X Oh Hm Na, ich sag's mal nichts dazu Äh Da sind hier wieder Namen Was kommt jetzt? Ach, spinnt Ja, perfekt Geil Tja, da hoffe ich jetzt mal auf ein paar Kills Äh, Admins Ja, Gitte 77 Okay Warte mal, die ist ja jetzt noch drin, ne? M1911, ja, alles klar Äh Man, habt das bald Nein Die Gitte Scheiße Ach, nö Alter, was soll ich so leise die Gesundheit runterkriegen Depp Sehr schön Wurde es befordert Cool Na, nö Fuck, wir haben gerade die Führung verloren. Auch jetzt. Hä? Nein, au. Och Mann. Mit der Auge. Ui, 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 gut, die ist aber auch geil. A3, 4. Ha, weit. Nicht hier rein. A3, 4. A3, 4. A3, 4. A3, 4. A3, 4. A3, 4. Von hinten. Mal wieder mit dem Header. Mal wieder der. Verdammt. A3, 4. A3, 3. bis 25 double xp wochenende steht auch nicht an und wie sowas dass ich da jetzt alle werden würde eventuell und so sehr schön um neun mit der G18 nach her Naja, das war jetzt gerade. Nicht mal so schlecht. Gott. Nein. Hat den noch mitgenommen. Kommt die von hinten, die Schweine. L86 A2. Oh Mann, gut, das spielt doch keiner freiwillig. Also ich jetzt immer hier bei solchen Aussagen übrigens. Hier wurde ja schon mal gefragt. Von Real-Life-Sachen aus. Und da sind die Dinger nicht wirklich ganz toll. Gelernt bei Ami-Schießen und so. Okay, die Hände haben wir schon. Und jetzt schnappen wir uns den Rest. Okay. Warte mal, wenn unsere Leute alle da sind. Hey. Hey. Was sind denn die jetzt alle? So, die Gitte. Na? Oh, noch ein Schuss mehr. Haha. Geil. Sehr schön. Danke. Ah, noch danke. Äh, noch mal danke. Danke. Okay. Okay. Bye. Geh, blummen! Hm. Nein, nein, wieso? Trailer-Helf, wieso muss ich nachladen? Scheiße! Fuck. Och, Mann. Hätte ich ja nur anhusten müssen. Ah. Shit. Hm. Na. Das hier haben wir so schnell wieder von hinten wiederkommen müssen, ne? Echt. Nein. Ach, Mann. Hör doch auf zu hüpfen. Oh, Mann. Okay. Okay. Hä? Scheiße. Ja, was die gerade nach Hause immer gewinnen, wa? Jetzt nur noch drei. Komm schon, nur noch drei. Nein. Komm hier wieder zu spät. Ja. Jupp. Aber na, ist gewonnen. Geil. Gewonnen ist immer gut. Und die Knifter haben auch ein paar Küsse mit am Arsch gemacht. Läuft. Läuft. Ja, ne? Ja, das war ein Upgrade hier vom Sturmsolat. Jupp. Nice. Corporal 3. Aber nicht verkehrt. Ja, ist okay, ne? Würde ich meinen. Der Buß noch mal oben drauf. Genauso. Aber ich wollte mal meinen. Äh. Doch, das reicht. Das reicht für heute. Und da sage ich schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal. Guck mal. Einfach mal. Ob wir noch mal ein paar Küsse zusammen kriegen mit der Pistole. Und dann, wenn wir noch mal ein paar Küsse zusammenkriegen mit der Pistole. Und, ja. Wahrscheinlich auch immer im Überbruchsmodus. Aber das schauen wir dann. Bis dann wünsche ich euch natürlich was. Schönen Abend noch. Ciao und Servus.